vielen dank dass ihr so fleißig fragen gestellt habt am sonntag und ich werde jetzt versuchen noch eure fragen die am sonntag nicht beantwortet werden konnten dazu jetzt noch was zu sagen die erste frage wäre was hältst du von der aussage dass gott der beste arzt ist dazu denke ich erst mal ja total ja gott der ist der arzt und ich habe es auch schon erlebt dass leute heilungen erleben sei das physische heilung dass sie wirklich von einer krankheit wieder gesund werden auf erst mal total unerwartbare art und weise ich habe aber auch erlebt dass leute psychische heilung erleben dass sie merken es ist tatsächlich so dass dinge die ja das seelische wunden wieder heil werden bei menschen das gott der arzt ist das heißt für mich aber auch dass es manchmal lange wege und lange prozesse sind gerade bei solchen psychischen heilungen da erlebe ich immer wieder dass gott mit den menschen wirklich in die tiefe geht und dass es nicht so ist dass er so zack mit dem fingerschnipp einfach alles heilt und die sache ist dann gut sondern dass es oft lange wege lange prozesse sind und dass gott uns auch einlädt die in der tiefe auf unser eigenes herz auf unsere eigene seele zu schauen dass wir uns dem stellen was vielleicht es auch ausgelöst hat manche wunden bearbeiten und so erlebe ich dass es öfter auch gerade lange prozesse sind dass gott der arzt ist heißt für mich aber auch dass er ärzte gebraucht und so würde ich sagen das finde ich ganz wichtig dass auch das wo wir durch ärzte durch ärztinnen und ärzte in unserer zeit heilung erleben dass auch das was ist was gott schenkt da möchte ich das überhaupt nicht auseinander dividieren und sagen ja das eine das ist die übernatürliche heilung von gott und das andere das war nur die ärzte sondern ich denke wie gott uns heilung zukommen lässt lässt ist ganz oft eben dadurch dass er ärztinnen und ärzte gebraucht mit ihrem wissen und dass da würde ich sagen dadurch segnet uns gott und dadurch schafft er dass heilung in unser leben kommt dass gott der beste arzt ist das heißt für mich aber auch dass es nicht bedeutet dass alle wunden oder auch alle krankheiten in diesem leben tatsächlich heil werden ja manchmal erleben wir das dass übernatürliche heilung geschieht aber ich würde sagen manches das bleibt bis zum ende unseres lebens schmerzhaft offen manche wunden da erleben wir dass jesus nicht der arzt ist in dem sinne dass er dinge jetzt schon heilt jesus hat auch im neuen testament hat der menschen manchmal geheilt aber jesus hat nicht alle kranken geheilt und hat nicht alle menschen wieder gesund gemacht aber was wir erleben dass wir mit jesus christus einen starken begleiter haben in zeiten von der krankheit und dass er sagt eines tages da werde ich insofern der arzt sein dass ich wirklich alles heile so laufen wir zu auf eine welt ohne schmerz und ohne krankheit in der wir erleben dass gott dann wirklich eines tages alle wunden heilen wird und alle krankheiten wieder gut macht ja gott der ist der beste arzt und das erleben wir manchmal jetzt schon wie das so vorzeichenhaft hereinbricht in diese welt leute gesund werden leute geheilt werden aber nicht immer ist es jetzt schon so dass alle krankheiten geheilt werden sondern wir warten auf eine neue schöpfung darauf dass gott diese welt und unseren körper und unsere herzen und unsere seelen komplett neu macht und dann werden wir vollständige heilung erleben die zweite frage wäre wie gehst du mit bestrafungs geschichten um also gerade zum beispiel mit so was wie der sinnflut geschichte mit hananias und safira ich denke dass diese frage ein bisschen daraufhin hinab zielt dass ich im vortrag gesagt habe dass wir ja das ist schwieriges dinge als ereignisse im 21 jahrhundert eindeutig als strafe gottes zu bezeichnen also jetzt zu sagen ich kann ganz genau sagen die corona pandemie das ist eine strafe von gott wir erleben das in der bibel und wir sehen dass dass gott menschen straf zum beispiel in der sinnflut geschichte dass da finde ich aber ganz wichtig dazu zu sagen dass gott nicht einfach straft weil er sagt ja jetzt brennt hier einfach mal mein zorn durch sondern dass seine strafe eigentlich immer ein ruf auch zur umkehr ist und er straft deshalb weil er die menschen deshalb aufwecken will und weil es sein mittel ist den leuten zu zeigen kehrt euch zu mir um wendet euch zu mir und dann wird euer leben ganz anders zum aufblühen kommen dann lebt ihr nach den ideen nach den geboten die ich euch gegeben habe der unterschied zwischen damals und heute ist dass wir in der bibel da eine eindeutige deutung haben dass da ganz klar gesagt wird dieses und jenes ereignis das ist eine strafe von gott und so glaube ich dass wir jetzt in unserer zeit im 21 jahrhundert eben nicht so eindeutig sagen können ja dieses und jenes ereignis das ist sicher eine strafe von gott weil es eben auch leid gibt und das sehen wir auch in der bibel dass jesus an manchen stellen sagt nein da ist schreckliches leid da ist es aber eben keine strafe von gott also deshalb denke ich dass es sehr sehr schwierig ist das in unserer zeit so eindeutig zu zu deuten und ganz klar zu sagen ja das ist eine strafe von gott wenn ich mir die strafungsgeschichten in der bibel anschaue das so wissen die großen linien da finde ich ganz wichtig zu sagen dass ich in der bibel sehen wie die strafe eben dem dient dass die menschen umkehren und das am ende immer der die gnade von gott ich sag mal das größere ist am ende von der sinnflut geschichte da sagt gott solange die erde steht soll nicht aufhören saad und ernte frost und hitze da sagt gott sowas wie ich lerne mit dem menschen der so gebrochen und der so voller böse ist ich lerne mit diesem menschen zu leben und wir sehen auch im alten testament wie die geschichte von gott und seinem volk weitergeht ja gott der straft das volk auch immer wieder und da würde ich die strafe auch als sowas sehen wo er die menschen die konsequenzen ihres handelns spüren lässt also es nicht so dass er völlig einfach mal so willkürlich hat so ein stein auf die herab wirft und sagt so so jetzt bin ich irgendwie zornig geworden sondern er lässt sie die konsequenzen ihres bösen handelns spüren mit dem ziel dass sie sich zu ihm zu wenden mit dem ziel dass sie seine gnade erkennen und seine gnade kennenlernen und so steht am ende immer die gnade und das ist würde ich sagen gottes wille dass er nicht sagt ja jetzt bin ich mal wütend und bestrafe ich jetzt einfach mal so weil ich gerade bock dazu habe sondern das ziel ist dass menschen die liebe gottes kennenlernen und wir sehen wie gott bereit ist dafür selber einen hohen preis zu zahlen sei das im alten testament schon dass er sich immer und immer wieder dem volk zuwendet und dass es ihm manchmal das herz umdreht und deshalb habe ich kann nicht anders ich kann nicht anders als dieses volk zu lieben und wir sehen das letztendlich in jesus christus wo gott selber sagt dann nimmt er die strafe selber auf sich als gott erst nicht der unbeteiligte wütende gott sondern er sagt ich werde einer von euch und ich nehme die strafe ich nehme das wo gott auch sagt zu der ungerechtigkeit und zu dem leid nein das ist nicht okay so wie es ist das nimmt er auf sich das saugt ist alles in sich auf und man könnte sagen er stirbt er krepiert selber an der ungerechtigkeit also gott ist das sehen wir in jesus christus der ist bereit die strafe für ja alles böse und für die ganzen die ganze zerbrochenheit und für die für den ganzen schmerz der ist bereit diese strafe selber zu zahlen und das finde ich total beeindruckend dass gott eben die strafe selber zahlt und dass er derjenige ist der bereit ist selber zu leiden und selber die gebrochenheit auf sich zu nehmen damit wir seine gnade und seine liebe kennenlernen damit wir obwohl wir leute sind die nicht außerhalb von dem ganzen bösen und von der verstrickung leben damit wir den weg zu gott finden können damit wir seine damit wir seine liebe erkennen können und wirklich in der gemeinschaft in der freundschaft zu ihm leben können das war zu dieser frage die nächste frage heißt was tust du wenn die ungerechtigkeit der welt und vielleicht die eigene die schier zerreißt ja das ist eine krasse frage was tue ich wenn die ungerechtigkeit der welt wenn die ungerechtigkeit in meinem leben nicht fast zerreißt ja ich denke wirklich auch persönlich an situationen wo ich sagen würde ich kann es eigentlich kaum aushalten ich kann den schmerz kaum aushalten und ich kann die ungerechtigkeit aber kaum aushalten und ich hätte ich merke so wie ich in diesen situationen richtig wütend auch auf gott werde für mich ist es entscheidend dass ich in den situationen nicht von gott weg laufe und sage also gott mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben also so dass du das zulässt und dass diese welt zur ungerechtigkeit ist ungerecht ist das bringt mich so zur verzweiflung dass ich mich von dir abwende sondern dass ich gott wirklich beim namen nennen und sagt also ich mache es dann ganz konkret indem ich mich gott zuwende im gebet dass ich sagt hey gott du bist doch aber der der sich für die gerechtigkeit interessiert du bist doch der der sich für das leid der armen interessiert und jetzt mach was und dann also nehme ich gott wirklich beim namen und ich nehme ihn bei seinen zusagen bei dem was ich in der bibel über ihn lese und ich sage hey da stellst du dich doch uns vor als der dessen herz total davon bewegt ist als jemand dem das nicht egal ist als jemand der mitleidet und wo ich sagen könnte ja sein schmerz über die ungerechtigkeit ist noch viel größer als mein persönlicher schmerz dann nehme ich gott beim namen ich erinnere an seine zusagen und ich merke wie ich im gebet richtig mit ihm ringe und sag so aber als der stellst du dich mir vor und so brennt doch dein herz und jetzt greif ein und jetzt tu was und erlebe ich auch immer wieder und sei es an kleinen stellen ja dass was passiert und dass gott auf wundersame weise eingreift manchmal dauert sehr lange manchmal sehe ich lange nichts und trotzdem erlebe ich dass sich gott eben ja interessiert für dieses unrecht auf dieser welt und was mache ich wenn das unrecht in meinem eigenen leben mich schier zur verzweiflung bringt ja also da erschrecke ich immer wieder drüber wie eigentlich wie es in meinem eigenen herzen aussieht und ich muss auch sagen wie wenig ich manchmal mir überhaupt dessen bewusst bin wie viel ungerechtigkeit von mir selber ausgeht wie viel liebläufigkeit von mir selber ausgeht und ich frage ob manchmal dass er mich daran erinnert wie es in meinem eigenen herzen aussieht und ich merke aber dann denke ich manchmal ja was ist jetzt die lösung mich irgendwie mehr anstrengen und hier so besser versuchen und versuchen noch ein besserer mensch zu sein aber ich merke ich schaffe es nicht allein sondern ich brauche ihn ich brauche jesus christus der mein herz verändert und wo er mir wirklich hilft dass ich ja dass ich besser lieben kann weil ich merke wie schnell ich da an meine grenzen kommen wie schnell ich auch resigniert bin angesichts der hoffnungslosigkeit in der welt resigniert bin angesichts von dem was in meinem leben abgeht da brauche ich jesus christus dass er mein herz verändert dass er mir die kraft gibt zum lieben dass er mir die kraft gibt weiterzumachen und wirklich mich einzusetzen für gerechtigkeit die nächste frage war besteht bei dieser anschauung nicht ein wenig die gefahr dass wir als christen zu passiv werden und alles hinnehmen mit einer hoffnung auf ein gutes ende anstatt mit jesus anstatt mit jesus in stadt mit jesu namen für heilung zu beten also ist es nicht so dass wenn wir auf eine erneuerte welt hoffen dass uns das am ende passiv macht dass wir so ein bisschen die hände in die hosen taschen stecken und sagen na gut gott wird einmal kommen er wird alles neu machen jetzt kann ich mich hier zurücklehnen und nichts tun ich denke aber dass wenn wir davon wirklich bewegt sind dass genau das gegenteil der fall ist dass diese hoffnung auf gottes neue welt dass uns das nicht passiv macht sondern dass uns das aktiv macht und das entscheidende finde ich dass alles was wir jetzt schon tun wo wir uns für gerechtigkeit einsetzen wo wir uns dafür einsetzen dass in der natur das ja die das mit der umwelt gut umgegangen wird wo wir dafür kämpfen dass menschen in besseren bedingungen leben all diese dinge die sind nicht nur einfach so ein vorzeichen oder was wo man sagen würde naja gut jetzt machen wir hier was aber diese welt zack die vergeht und dann wird er alles neu werden und gott wischt es alles weg sondern ich bin zutiefst davon überzeugt dass gott genau das verwendet dass er das gebraucht und dass das teil seiner erneuerung von dieser welt ist deshalb denke ich wenn wir das was gott vor hat mit dieser welt wenn wir das richtig verstehen und wenn unser ja wenn wir tief im innern davon bewegt sind dass uns das gerade nicht passiv macht und es keine billige jenseits vertrüstung ist sondern dass uns das aktiv macht und sagt hey wir fangen jetzt schon an und wir vertrauen darauf dass gott diese dinge dann auch gebrauchen und verwandeln wird also ich denke wenn wir verstehen dass ja gott dann einmal dass seine gerechtigkeit die erde erfüllen wird dass er die ganze natur heilen wird und dass es eben eine hoffnung für diese welt gibt und für die strukturen in dieser welt dann denke ich dass uns das gerade nicht passiv macht sondern dass uns das aktiv macht uns wirklich für diese welt und für gerechtigkeit in dieser welt einzusetzen die letzte frage heißt wenn ich weiß dass gott mich liebt wieviel darf ich klagen was hält gott aus wow voll die persönliche frage wieviel darf ich klagen wenn ich weiß dass gott mich liebt wieviel hält er aus persönlich bei mir merke ich dass wenn ich grund habe zu klagen wenn ich zum beispiel ja enttäuscht bin von gott wenn ich durch eine schmerzhafte zeit geben dann ist die versuchung so ein bisschen da dass ich mich von gott abwende dass ich bin so sauer auf dich ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr mit dir reden und ich glaube das ist die gefahr das erlebe ich in meinem eigenen leben so dass sich dann was zwischen mich und gott stellt also wie in so einer beziehung wenn man aufhört miteinander zu reden dann ist die beziehungsstörung am größten wohingegen wenn man miteinander ringt und wenn man miteinander streitet und wenn man miteinander diskutiert dann ist es immer noch besser weil man miteinander im gespräch ist und so denke ich auch dass das schweigen oder dass sich abkehren von gott dass da die gefahr viel größer ist dass ja was so zwischen sich zwischen die beziehung stellt und dass das vertrauen im prinzip so ein bisschen ja zugrunde geht ich bin davon überzeugt gott weiß was in unserem herzen sowieso passiert und wie es uns geht mit einem ganzen ding gott konnte gott kennt unser herzens erinnerst und deshalb würde ich dich einladen und sagen hey sage ihm dass gott sieht in dein herz gott kennt dich aber der schaut nicht mit einem verurteilenden blick auf dich sondern der schaut auf dich mit einem blick voller liebe und sagt hey ich will dass du dich mit deiner wut und mit deinem schmerz wirklich an mich wendest deshalb die einladung ja ich glaube da gibt es nichts was man nicht sagen könnte oder nichts was zu unfromm wäre oder gedanken die irgendwie zu ja unangemessen sind sondern ja tut es wendig an gott mit der klage und ich finde es sehr beeindruckend wie wir in den psalmen so vorbilder dafür haben wie wir beten können und die nehmen kein blatt vor dem mund die hauen das gott wirklich einfach so ja wie man sagt sagen würde vor den latz und knallen ihm bis hin aber die sind im gespräch mit gott und deshalb ist die einladung an dich oder dazu möchte ich dich ermutigen bleib im gespräch mit gott lass das gespräch nicht abreißen sei ehrlich weil gott kennt dein herz und zeige ihm was sag ihm was in deinem herzen gerade vorgeht und bitte ihn dass er dir genau darin begegnet und dass sein herz so zur ruhe kommt und zu einem neuen frieden findet vielen dank mit